Kunden der Stadtwerke Feldkirch können seit kurzem ihren Stromverbrauch jederzeit im Internet abrufen. Wir bieten das für unsere Ökostromkunden an und es funktioniert über eine neue Zählertechnologie, die wir seit ungefähr einem Jahr einsetzen. Das sind Zähler, die werden über das Stromnetz ausgelesen, geben uns täglich den Verbrauch und wir können dann den Kunden informieren über seine persönliche Webpage, wie sein Verbrauchsverhalten ist und was er tun kann, um zukünftig einzusparen. Der Ökostromkunde kann so jedes einzelne Detail seines Stromverbrauchs abrufen. Er kann den Stromverbrauch analysieren bis auf eine Viertelstunde genau. Er kann einsteigen, kann den Jahresverbrauch ablesen, das aber jetzt noch nicht viel Sinn macht, weil das Jahr erst beginnt. Zukünftig kann er Monatsverbrauch ablesen, kann es nach Tarifart anschauen, kann auch damit kontrollieren, ob der gewählte Tarif der günstigste ist für ihn und in der Detailanalyse kann er noch das Verbrauchsverhalten pro Tag, pro Viertelstunde oder auch auf Standby-Verbrauch prüfen. Durch die ständigen Kontrollen kann auch Strom eingespart werden. Aus unserer Sicht ist eine Information über den Stromverbrauch, eine sogenannte zeitnahe Information, das heißt, es soll nicht mehr als ein Monat alt sein, ist die beste Voraussetzung, dass er eine Information bekommt, wie kann er sparen. Auch über das Vergleichen von Zeiträumen und natürlich über die Analyse des Standby-Verbrauchs, das ist sicher der Schlüssel für zukünftige Energieeinsparungen im Haushaltsbereich. Das ist sicher der Schlüssel für zukünftige Energieeinsparungen im Haushaltsbereich. Das ist sicher der Schlüssel für zukünftige Energieeinsparungen im Haushaltsbereich. vom Truff gegen die Miriam Magnussen 幹üten